Das Dromedar ist ein wahrhaft einzigartiges und faszinierendes Tier, das aus den Wüsten und Halbwüsten Nordafrikas und Asiens stammt. Es ist bekannt für seine ungewöhnlichen Merkmale, wie seinen Höcker auf dem Rücken, der es ihm ermöglicht, Wasser und Nahrung zu speichern. Es hat lange, buschige Augenwimpern, die es vor dem heißen Wüstenwind und den Sonnenstrahlen schützen. Das Dromedar ist ein unglaublich widerstandsfähiges Tier, das in der Lage ist, lange Zeit ohne Wasser und Nahrung auszukommen. Was es zu einem wichtigen Transporttier in den Wüstenregionen macht. Es ist auch ein bedeutendes Kultur- und Wirtschaftssymbol, das in vielen Teilen der Welt für seine Kraft, Schönheit und Eleganz verehrt wird.